Als Teil der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm entsteht zwischen Wiesensteig und Mühlhausen in 85 Metern Höhe die Filstalbrücke. Die dritthöchste Eisenbahnbrücke in Deutschland hat einige Besonderheiten. Da sie zwei direkt aufeinanderfolgende Tunnel verbindet, den Bosler Tunnel und den Steinbühltunnel, besteht sie aus zwei separaten Brückenbauwerken. Sie sind 485 und 472 Meter lang. Wir schauen uns an, wie die beiden Brücken zwischen Juni 2020 und Ende Juni 2021 vorangekommen sind. Anfang Juni 2020 ist die Brücke, auf der künftig die Gleise in Fahrtrichtung Ulm verlaufen, bereits fertig betoniert. An der Brücke in Fahrtrichtung Stuttgart laufen die Arbeiten am ersten von zehn Abschnitten des Überbaus. Der Überbau ist der horizontale Teil der Brücke. Für den Bau kommt eine waagrechte Stahlkonstruktion zum Einsatz. Die Vorschubrüstung. Sie greift mit den gelben Schalelementen komplett um die Brücke herum. Dadurch bildet sich ein rechteckiger Hohlraum im Inneren. Dort kann dann der Baustahl eingebaut und anschließend betoniert werden. Zuerst die Wände und der Boden, dann die Decke. Den Beton liefern die blauen Verteilerarme. Der erste Abschnitt ist fertig. Die gelben Schalelemente werden zur Seite aufgeklappt und die Vorschubrüstung hydraulisch nach vorne in den nächsten Abschnitt geschoben. Jetzt können auch die restlichen Schalelemente an der Vorschubrüstung montiert werden. Für den ersten Abschnitt wurden sie noch nicht benötigt. Am Portal des Bosler-Tunnels entsteht das sogenannte Sonic Boom-Bauwerk. Wenn Züge mit 250 Stundenkilometern durch den Bosler-Tunnel fahren, schieben sie eine Druckwelle vor sich her. Ohne das Sonic Boom-Bauwerk würde sich diese Druckwelle am Ende des Tunnels mit einem Knall entladen. Das Sonic Boom-Bauwerk verhindert diesen Tunnelknall mit speziellen Öffnungen und Kaminen. Der Aufbau der Schalung für das Sonic Boom-Bauwerk läuft. Hierfür kommen spezielle gebogene Schalelemente zum Einsatz. Darauf kommt eine Schalhaut aus Kunststoff. Auf der anderen Seite vom Steinbüll-Tunnel aus beginnen an der Brücke in Fahrtrichtung Ulm die Arbeiten an den sogenannten Kappen. Das sind die Ränder der Brücke links und rechts vom künftigen Gleis. Im Inneren verlaufen später Kabel. Die Schalung für die Kappen ist auf beiden Seiten der Brücke montiert. Betoniert wird hier nicht mit Betonpumpen, sondern mit Kübeln. Ein Betonmischer befüllt die Kübel und ein Kran hebt sie anschließend an ihren Einsatzort. Am Bosler-Tunnel sind die Arbeiten am Sonic Boom-Bauwerk unterdessen weiter fortgeschritten. Gerade laufen die Bewährungsarbeiten. Die Bewährungsstäbe werden im Werk passgenau vorgebogen. Als nächstes folgt die Außenschalung. Für die nun anstehenden Betonagen bringt ein Mischer den Beton bis zu diesem Verteilermast, der dann die Betonage übernimmt. Ein Kran baut eine weitere Hilfsstütze für die Brücke in Richtung Stuttgart auf. Es können immer nur rund 50 Meter Brücke auf einmal gebaut werden. Zwischen den Pfeilern liegen aber bis zu 150 Meter. Daher sind während der Bauzeit Hilfsstützen nötig. Ende November ist der fünfte von zehn Betonierabschnitten fertig. Halbzeit auf der Brücke in Richtung Stuttgart. Hier sind die ersten Pfosten für die Windschutzwand zu sehen. Sie schützt die Züge bei der Überfahrt vor Seitenwind. Hier entsteht das Technikgebäude. Darin sind später Telekommunikationsanlagen und die Stromversorgung für die angrenzenden Tunnel untergebracht. Die Bodenplatte für das Technikgebäude ist bereits betoniert. Über die Weihnachtsfeiertage ruht die Baustelle nun erst einmal. Anfang Januar gehen die Arbeiten weiter. Die Arbeiten am Technikgebäude gehen weiter voran. Die Wände werden geschalt, bewährt und betoniert. Während des langen und kalten Winters finden die Arbeiten teilweise im Schutz eines beheizten Zeltes statt. Das Zelt dient dazu, dass der Beton eine gewisse Mindesttemperatur hat, bei der er verarbeitet werden kann. Bis der Beton ausgehärtet ist, darf er nicht unter 5 bis 8 Grad abkühlen. Die Zelte sind deswegen überall dort aufgebaut, wo mit Beton und Mörtel an kleineren Teilen gearbeitet wird, die schnell auskühlen können. Erste Elemente für die Windschutzwand sind bereits zu sehen. Die Holzplatten zwischen den Stahlpfosten stellen noch nicht die endgültige Windschutzwand dar. Sie dienen lediglich während der Bauarbeiten als Absturzsicherung. Später werden sie durch Stahlträger und Aluminium-Elemente ersetzt. Neben dem Technikgebäude entsteht eine Rampe. Es handelt sich dabei um ein Provisorium während der Bauzeit. Die Baufirma kann über die Rampe mit ihren Fahrzeugen den Bosler-Tunnel erreichen, während das darunterliegende Widerlager der Brücke noch nicht fertiggestellt ist. Mittlerweile ist auch das Dach des Technikgebäudes fertiggestellt. Eine Schutzschicht ist aufgebracht. Sie bewahrt das Gebäude vor Beschädigung, wenn es später mit Erde überschüttet wird. Denn das Technikgebäude liegt am Ende unterirdisch. Mitte April befindet sich die Vorschubrüstung im 9. Abschnitt. Hier wird die Schalung für die Schrägstreben der y-förmigen Hauptpfeiler nach oben gezogen. Die Brücke in Richtung Ulm ist im Rohbau fertig. In den nächsten Monaten folgen hier Gleise und Oberleitungen. Die ersten Maste für die Oberleitung stehen schon. Endspurt auf der zweiten Brücke. Der letzte Abschnitt steht an. Die seitlichen Schalelemente werden aufgeklappt und die Vorschubrüstung nach vorne geschoben. Der letzte Abschnitt ist etwas kürzer als die bisherigen Abschnitte. Deswegen müssen einige der Schalelemente mit dem Kran ausgehängt werden. Der blaue Vorschubschnabel wird abgebaut. Das letzte Stück zwischen Brücke und Widerlager wird nicht mit der Vorschubrüstung gebaut. Die Schalung wird hier von Hand aufgebaut. Der Brückenschlag ist geschafft. Beide Brückenbauwerke der Filstalbrücke haben das Tal vollständig überquert. Ende 2022 soll die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm in Betrieb gehen. Dann fahren die ICEs hier über Deutschlands dritthöchste Eisenbahnbrücke.